hallo leute willkommen zu let's survive mit dem showtime und mit mir dem agro man ja leider ja ich habe dir auch gerade gesagt schrei nicht so bei der anmoderation sonst übersteuerst du ich konnte es nicht lassen ich muss das einfach tun das war irgendwie logisch ja so erneben mal steine und bau die brücke weiter okay willst du noch mehr steine ja hier wäre nicht schlecht du warst die okay ja was machst du ich werde mir ich werde uns in ich werde ich werde ja weiß gar nicht was ich machen soll ich guck mal das feld wie das feld aussieht ja steine werden wir richtig viel brauchen ein paar steine abbauen halt wird das halt bei mir heute meine erste aufnahme langweiliger sein okay das feld sieht auch langweilig aus habt ihr es gesehen ja genau wer hätte das gedacht soll ich etwa in das loch von unserem kumpel reingehen oder ein eigenes machen ist mir egal serial ja naja denn dann gehe ich mal ab in das loch hier ja 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 wie sieht es denn hier aus hast du steine oder was machst du natürlich mache ich in steine mache ich okay die können wir gebrauchen ja genau die und viele mehr ja genau was ist denn ach so sieht an sie an der hatte hier so eine riesige höhle gefunden klasse hier so scheiß ja ich sehe nie wo ich baue na dann baue dort nicht na aber oder mach was anderes oder versuch das gar nicht aber nee aber doch 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 vielleicht ich ja genau oder auch nicht oder anders oder ganz anders ja anders könnten wir machen naja ja hans christian anders hat da hießen ja mir fällt gerade auf ich habe keine fackeln mir fällt gerade auf du erzählst nur scheiße ja und nein ich brauche jetzt fackeln ich hoffe der kumpel hatte ja du brauchst fackeln und nein ich habe keine ich hoffe unser pdm master hat ja er hat wenigstens kohle hinterlassen ich will nicht mehr also ich will nicht so weit laufen ja das ist so viel weiter als dort unten in der mine oder hat sogar eisen hier fertig schick das ist gut dann kann ich mir wieder spitzhacken machen wenn ich war auf die brücke bauen das wäre eigentlich ganz witzig macht doch sei kreativ innovativ und zwecklos intelligent und kreativ ja ja habe ich gerade von kohle gesprochen und das nächste was ich finde ist kohle naja ich habe kohle gebraucht und soll sie gefunden und zwar nicht mehr so ein fünf jahres plan oder kohle ja immer wer keine kohle hat hat keinen hast du überhaupt schon intro ein intro naja wenn dieses video rauskommt dann bestimmt aber jetzt noch nicht dass du es nicht viel später bringt als bei mir nicht viel früher ja genau du mich auch nur vielleicht verwende ich einfach das alte und mach meinen namen dorthin statt jemand anders das kannst du klar ich verwende sowieso das neue der ist besser ist besser ne hast du noch niemand gesehen ne habe ich noch nie gesehen die neuen folgen waren ja noch nie raus ja genau eigentlich sollten sie heute kommen aber ach ich habe sie gerade erst geschnitten ich habe gestern abend noch ein skript geschrieben das erste skript für überhaupt ein video man staunt er will jetzt schauspieler werden seit neuestem naja nicht ganz du willst ja mitmachen was 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 naja es erzählt sich rum oh nein jetzt weißt du schon die ganze welt die ganze minecraft welt hier alle drei oh mein gott wo soll das noch enden zuhause naja es fängt zuhause an und endet zuhause mit dem druckknopf auf play und stopp äh was naja aufnahme anfangen aufnahme beenden hui mhm ja ich habe eisen gefunden mensch respekt scheiß enderman alter plötzlich spawnt er direkt vor mir hier ich habe ja wenig besuch naja auf der brücke spawnt ziemlich bang glaube ich mal also spannend ist es bei mir nicht ja bei mir ist es nicht dafür dass es die erste folge ist es ist nicht so spannend aber was will man machen man muss ja hier das einzelmännchen spülen um die anderen oben zu versorgen die stufen bauen jedes mal in der luft ich verstehe das nicht ich das auch nicht oh nein oh oh creeper auf der brücke na super das kann ja lustig enden hör jetzt auf mit deinem faden bayerisch ich habe mal ins wasser geworfen oh nein oh doch spitzhack ist futsch jetzt muss ich nachher zurück hätte ich mir doch gleich eine gemacht was hast du was zu essen ja du nein ich brauche was zu haben seit der letzten folge haben wir viel zu viel geschlachtet du solltest was haben ich habe nichts mitgenommen so schlau wie ich war ja aber ich werde dir jetzt nichts bringen ja ich bin fast am anderen ende genau deshalb du bist scheiße weißt du das du nein wer zweite person singular du wer du ich ja aggro man ah den kenne ich der macht ja hier bei der aufnahme mit habe ich gehört ja was der macht bei der aufnahme mit ja klar doch nein ich esse jetzt mein schönes bacon mhm das war gut das ist nicht dein schönes bacon das ist mein schönes bacon also ich geschlachtet nein bacon habe ich gemacht nein du hast hamburger gemacht nein doch ich hatte 25 Schweinefleisch und ich hatte 10 10 ganze hoi hoho ich hatte 25 ganze oder 8 oder ich weiß noch nicht ich habe es vergessen zwei zumindest hatte ich welche zwei da wette ich drauf was zwei hattest du bestimmt zwei nicht ich habe noch fünf übrig zwei habe ich gegessen also habe ich sieben ja ja ich auch jacob was denn du ich bin mir selber jetzt nicht sicher denke ich schon als ob das so wichtig wäre ich weiß nicht ich weiß nicht ey wir brauchen mass steine und was mache ich hier steine wirst du in kloppen nein steine sollst machen muss ich oder kann ich oder brauche ich solltest ja ja hm was na super jetzt steht er unten ins skelett wenn ich runter springe kann ich mich nicht mehr hoch wenn ich oben bleibe werde ich abgeschossen oh ich bin zu tief so tief wollte ich da gar nicht so was passiert einmal ich komme erstmal zurück ich kann nicht mal mehr sprinten ja und was soll ich damit jetzt anfangen ja du sollst mir entgegen sprinten und mir was zu essen geben na komm erstmal gesprintet und dann sehen wir weiter ich kann nicht sprinten ach so stimmt ich habe nur noch drei hungerbalken na dann wirst du es auch selber nach hause zu schaffen ich bin doch in der anderen richtung ich wüsste einen größeren weg zurücklegen aber du bist schneller ist doch keine Ausrede na doch es ist keine Ausrede mach mal schnell die Tür zu das ist ein Argument hier ist irgendwas unterwegs eine Spinne verfolgt mich ich hoffe der Enderman steht nicht mehr auf der Brücke ok tut es was ein Enderman ich sehe einen Creeper oh oh Creeper, 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 Creeper nein tschüss ich habe den von hier gar nicht gesehen lol danke danke ach willst du Steine haben? ja mehr habe ich jetzt nicht die anderen habe ich in die Truhe getan nöch nöch wie viele sind das? ähm zwei vier rund 50 naja nöch 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 ich bin Schlau heißt das Also wenn Skelette Screeper erschießen, dann kriegst du Schallplatte. Natürlich, wusstest du das nicht? Doch, doch. Habst du das vergessen? Ja genau, ich auch. Ey, wir haben noch einen Diamant. Nein, den werden wir jetzt dafür nicht verschwenden. Nein. Wieso nicht? Nein, ich will erst... Das ist etwas sehr nützliches. Ich will da erstmal die nächsten fünf finden und dann mache ich mir eine Zauberbank und eine Spitzhacke und dann geht's weiter. Nein. Doch, das ist viel wichtiger als jetzt hier so eine blöde Schallplatten Aufnahmegerät zu bauen. Ja, eine Radio ist wichtig. Das kann ich mal aufnehmen, das kann nur abspielen. Das war ein Witz, aber... Ey, hier sind tausend Creeper unterwegs heute. Wasch los? Wasch los, ne, genau. Ich guck hier so durch den Tunnel, 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 Tunnel. Nicht los im Tunnel. Nicht los im Tunnel. Das... Der Creeper ist explodiert, aber ich stand so weit weg, dass ich keinen Schaden bekommen habe. Wieso ist der dann explodiert? Das ist halt zahm. Kriegst du überhaupt Schaden durch Creeper jetzt? Ja, natürlich. Du hast ja hier diese Explosionen ausgeschaltet. Naja, aber... Das ist ja die... Naja, das heißt nur, die Welt geht nicht kaputt. Ich hab auch... Gehst du auch die kaputt? Du bist ein Teil dieser Welt! Nein, ich bin nichts! Ja doch, ein bisschen. Ich hab auch so in dein... dein Feld zertrampelt. Du hast mein Feld zertrampelt? Ja. Warum? Weil das Skelett mich drauf geschossen hat. Bist du krank, oder? Nein, ich bin nur von Pfeilen gespickt. Na klar. Das sagen sie alle dann am Ende. Ach, ich hab ja ne Hacke mit, dann geht's ja. Ne ganze Hacke? Dann is ja n de Schlimme. Na genau. Anstatt Diamanten oder ähnliches zu finden, finde ich Eisen. Das brauchen wir auch. Ist auch gut. Ja, natürlich. Das ist okay. Damit ich mehr Spitzhacken machen kann. Zum Beispiel? Zum Bleistift? Nein, Bleistifte würde ich damit nicht machen. Wieso? Bloß weil Blei drin ist, muss das nicht heißen, dass ich gleich das Bleistift ausmache. Wäre aber ganz sinnvoll. Außer dem Bleistift soll es ja nicht mehr heißen. Das sollte ja eigentlich Grafittstift heißen. Das ist mir egal. Nö. Bin ich. Das war schon immer ein Bleistift und das bleibt auch immer ein Bleistift. Und Grafittstab? Was ist da mit? Grafittstab. Das ist dann die Mine. Achso, äh, Grafittstift meine ich. Ach man. Ja, Schrecktreibfehler. Jetzt habe ich mich aber verplappert. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Minute. Eine ganze Minute? Muss ja schneller arbeiten. Ja. Geht das in diesem Zustand? Ja. Du musst es nur wollen. Alter, der Hunger ist hier echt extrem. Wir werden bald das ganze Fleisch weggefuttert haben. Wieso hast du keine Farm aufgemacht und die alle Viecher abgeschlachtet? Weil du die ganze Zeit rumrennst. Nein, du hast die ganzen Viecher abgeschlachtet meine ich. Wieso hast du nicht einfach ein paar gelassen und eine Farm aufgemacht? Habe ich doch. Habe ich. Habe ich. Wollte ich ja. Wieso hast du nicht? Aber was kam dazwischen? Ja, was kam dazwischen? Ich mach das dann. Was kam dazwischen? Ich mach das. Ja, was kam dazwischen? Ne. Doch. Hier. Jetzt. Das ist okay. Sofort. Die. Aufnahme. Was? Pause kam dazwischen. Oh mein Gott. Das ist vergessen. Klingt bisschen elektronisch. Wer ich? Es stockt. Ich glaube es liegt an meinen Internets. Ja, an wem sonst. An mir bestimmt nicht. Ja, genau. Ich sollte mir eine andere Position suchen. Position? Position. 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 Oh mein. Genau. Okay, ich würde sagen wir machen hier Schluss. Du willst Schluss machen? Oh nein. Du musst nicht jedes Mal diesen Spruch bringen. Also. Wirst du was sagen? Für deine Zuschauer? Weil das ist ja deine erste Folge eigentlich. Muss ich. Ganz toll. Was? Ja, es. Ich will mich im Voraus entschuldigen, dass es nur mit einem langweiligen Tunnel begonnen hat. Aber wir hoffen es wird kreativer. Teamfähiger. Produktiver. Und leistungsfähiger. Und kreativer. Teamfähiger. Ja, genau. Natürlich kreativer. Okay, das reicht es. Also. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Survive Minecraft.